Hallo und herzlich willkommen, alter, alter, geh die schon vor ey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online und wir machen unsere Sandking Tour weiter, denn wir mussten sie unterbrechen, weil Blue World wollte unbedingt mitmachen und ja, und wir haben noch ein paar Probleme hier mit, äh, ja, mit das Video und deswegen sieht es jetzt einfach nur ein bisschen anders aus, aber, genau, ich bin übrigens auch jetzt hier, und der Panos auch und der Blue World auch, hallo, ja, wer ich bin, ich bin Neo, ne, nur so 10 Uhr, der sieht ja schon von der Distanz, boop, boop, und gleich wird jemand gebannt, okay, sehr schön, kann man auch mal das Fahrradturm machen, fahr ich hier nicht zu schnell, oh, sorry, Blue, schnell doch, ich weiß nicht, wie schnell du da fahren willst, fahr ich hier nicht zu flott, ähm, ja, ein bisschen schneller schon, ein bisschen schneller kann ich fahren, ja, ein bisschen schneller kann ich fahren, ja, ja, gerne, und Panos, fahr so, dass du mich nicht reinfährst, ja, ja, ist klar, wenn ich den reinfährst, großes Problem, Ja, du bist so ein Wichser, Alex, ich weiß nicht, ich komm nicht weg, Ramin, weg, ich schmeiß ihn da runter, nein, Alex, Alter, wo bleibt dir, ey? Ja, Panos immer, der blockiert immer alle, ja, genau, ja, Wichser, siehst du, so soll dein Let's Play werden, immer auf die kleinen, oh, jetzt war es ein Rückwärtsgang, nein, 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 Alter, wie unfähig, Ja, einmal diese kleinen Kinder, Oh, ne, oh, komm jetzt, Delta hilft mir mal aus, Dein Wagen ist nicht gepimpt? Doch, Aber pscht, Achtung, da liegt ein Stein im Weg, Okay, Ja, immer besser, immer wenn eine vordere Bremse, dann fährt man den nächsten, Ja, Ich wollte Panos erwischen, Nein, nicht schon wieder hier, Nein, nicht schon wieder hier! Nein, Nein, nicht schon wieder hier, Junge, Und Dom, leckt mich am Arsch, Panos, wenn ich jetzt ins Wasser fall' Ich seh erstmal nur Bäume und ich weiß nicht, worher. Alter, wenn ich dich jetzt schnapp, ey... Achtung, Warte, ich nehm Anlauf So, stopp, jetzt mach die Tour einfach weiter Sonst werden wir nie fettig Ah, das flüchte von mir Nein Schaffst du es hoch? Ah, ich schaff das schon irgendwie So, jetzt mal mit Vollspeed, Leute Gerne Nicht zu weit übertreiben, ne Aber schon ein bisschen schneller Nein Nein Oh Gott Heiße Woja Ein Baum hat mich vor der Klippe gefangen, das ist gut Danke Baum Leute, ich warte doch mal auf euch, ja Delta, wie sieht es bei dir aus? Ist alles fit? Heiße, Delta, ne Ja, kommt als nächstes, okay Panos Trau dich und du fliegst über die Berge Hör auf Hör auf Wie doch, hab ich mir geplanted Kann ich weiterfahren? Ja Delta, wir gehen zu uns mitteln, aber ohne dass irgendein Auto ins Wasser kommt, ja? Feuer! Hier Delta, was ist denn los? Junge, ja ich warte, ja hier NnNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN rent durch und ich habe mich gefangen Ja, genau so. Fahrt wir, würde ich sagen. Okay, Blue wollen mich rahmen. Ja, genau, ohne mich, oder was? Oh ja. Schafft der's hoch? Ja, ich schaff's hoch. Ich auch. Ja, ich meinte Panos. Panos ist ziemlich weit unten. Das ist eine ganz einfache Lösung. Ich hab da so einen schönen Knopf, ne? Achso. Ah, kommt Panos! Lass mich hoch! Okay. Mit der Karre kann man wirklich eine Straußensperre machen, ne? Ja. Mit der Karre kann man eigentlich alles machen. Man kann sogar Panos... Deine Mama stinkt. Deine Abkürzung? Ah, komm, Junge! Nein, nein. Oh, 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 oh. Leute, Achtung! Ich weiß nicht mehr, wo ich hinschauen soll. So, wir fliegen hier jetzt weg. Ach, komm, was ist das noch für ne Scheiße hier? Ich flieg zu weit weg, Junge! Oh nein! Oh nein! Ich geh mal schauen, was Delta macht. Ein Baum hat mich aufgefangen, das war mein Glück. Warte, ich komm im Schnellsprint hoch. Wie gibt es Wanderer zum Überfahren? Oh nein! Ohhhh! Newgam, kannst du mir einen Gefallen machen? Ich komm gerade runter. Neneene, kannst du mir einen Gefallen tun? Welchen? Kannst du Panos ins Wasser schmeißen? Kannst du Panos ins Wasser schmeißen? Nein, kannst du...äh因為 aus dem TS bannen? Warum? Erstmal. Warum? Ich habe dich doch um meinen Gefallen gebeten Kannst du mir den machen oder nicht? Kann nicht machen aber ich will den gegründet haben Du willst ihn? Gegründet haben, den Gefallen. Er schreibt mir dauernd ziemlich hässliche Nachrichten. Während des Let's Plays. Gibt es die ganze Zeit Hey Wake Up, oder was? Nein, hier auf PSN, damit es auch jeder sieht. Ah, das auch noch? Ja. Was schreibt er denn? Les mal ein bisschen vor. Er schreibt, dass seine Mama stinkt. Ja, das wissen wir doch alle, oder? Ja, aber er braucht es ja nicht hier rein zu posten, dass seine Mama stinkt. Ich mein, dafür kann seine Mama ja nix. Blue, nicht mehr rammen. Bitte fahrt anständig. Bitte fahrt jetzt anständig und nicht die Leute hier überfahren. Welche Leute? Ups. Ich weiß, wenn ihr auch wahr sind, ist auf jeden Fall ein paar... Neo! Ist das hier, wo man runterspringt? Wow! Kraft! Ist das hier, wo man runterspringt? Man kann hier runterspringen, ja? Okay, dann machen wir das. Warum ist keiner auf der Strecke, Junge? Ja, hier liegt noch so ein Wanderer. Ist aber tot. Ja, ich hab die gerade gerade alle überfahren. So. Oh, komm! Dachte, die soll ich... Ja, ich springe ja schon, warte. Mama! Mama ruft da, alles klar. Und ich bin auf alle vier Reifen gelandet. Ich bin der geilste. Ach, komm, Neo! Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Was? Rückwärts, Alter. Und da fliegt er auch schon, der Nächste. Boah! Alter, tritt er gerade mich. Hast du das gesehen? Ja. Ich bin wieder mal wandern. Lass mal wieder hoch. Wo ist eigentlich Panos hingeblieben? Ja, ich flieg ganz auch noch runter. Ich bin zweimal den Einsprung, dann hab ich den gemacht. Aber ich juck das ja nicht. So, jetzt alle drei zusammen runterspringen. Okay, warte, 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 warte. Delta, du springst bitte knapp hinter Panos, okay? Ich knapp hinter dir und Bluevolt hinter mir, okay? Ganz knapp. Erstmal nicht rammen. Hm? Erstmal nicht rammen. Lass erstmal Neo und Panos hier wieder rauf. Ne, Blue fliegt zuerst, dann ich, dann, ne, warte, ich als Letzter. Ja, du als Letzter auf jeden Fall. Wenn er mich bespringen kann, oder was? Ja, das hat Blue, ich, Panos und dann du, okay? Jo. Ja, wenn Panos das mal schafft, hier hinzukommen. Ja, natürlich, Alter. Und ganz knapp hintereinander, komm. Ja. Dass wir alle vier in der Luft sind. Ich seh's schon. Dann zieh mal ne Haftbombe bei Panos. Dann kannst du den in die Luft sprengen. Hab ich schon. Okay. Wir kommen. Ganz knapp. Ganz knapp, flieg sich um wieder runter. Nicht rammeln, nicht rammeln. Panos ganz knapp zu mir. Geht's jetzt los, oder was? Warte, nein, 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 warte, stopp. Warte, stopp, stopp, stopp. Panos kullert schon wieder runter. Warte, wir machen es runter. Schaffst du's hoch, Panos? Ja. Sicher? Sonst sprengen wir dich. Dann müssen wir schnell oben. Wir müssen schön knapp sein, ja? Sonst sprengen wir dich. Warte. Wir machen das so, ja? Du hast jetzt drei Sekunden Zeit. Folgendes Delta, ja? Ich sag Bescheid. Ja, wieso ich jetzt hier schon vorbei? Dreh dich und du fährst als Erster. Genau. Aber rückwärts. Nee, nix rückwärts. So, wenn ich los sage, fährt Panos, dann Blue, dann Neo und dann ich. Ja, aber alle starten gleichzeitig. Okay, Panos näher zu uns. Komm, fahr Panos. Panos, fahr, 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 fahr. Los, 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 los. Du Rue. Du kleine Rue. Du kleine Rue. Wow, wow. Jungen, 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 jungen. Jungen, 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 jungen. Leute, guck mal, wo ich bin. Du kleiner Zigine. Oh mein Gott. Ich häng fest. Oder auch nicht. Ja, ich meine, das war doch jetzt eine geile Sache, oder? Panos ja auch nicht erstmal sprengen. und er springt über mir sagt doch gleich dass du mich bespringen willst war es so gut er hat das ist es schon von vornherein nicht doch gut nachher ich hab mich vom Zug gerettet er hat ich wollte eigentlich rein schmeißen und der mich ist ich drei Zentimeter vom Zug weg oder so schön nach Sturz und Spur noch immer unsere Tour oder zwar die kleine Tour aber es hat trotzdem Spaß gemacht solltet ihr Zuschauer auf jeden Fall auch mal machen es auf jeden Fall ziemlich geil wenn man mit solchen Sendkings einfach darunter kommert ich würde mal sagen bis zum nächsten Mal oder warte 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 Panos noch machte ich schon ne nicht mich da muss ich schon früher aufstehen aber schon alles klar na warte ok Verfolgungsjagd mit Bomben ich schieße von ner Ferne mit MG ok Alex nehme ich mit wow das war knapp das war auch ich dein Sendking hat Junge ach komm Panos du bist doch nicht Wurter ich wollte das machen ich teig aus und töte erstmal der Delta na jod und bis zum nächsten Mal Wird's ausgesehen Wollt ihr auch mal grüßen oder Japanos noch waren oh na ich bin auch Delta oh